Was bestelle ich mir zu essen, Digga? Ähm, okay, pass auf. Bist du wieder alleine, oder was? Ja, ich bin komplett alleine. Und guck mal, ich hab, ich hab, also ich würde gerne, ich hab jetzt nicht so ultra scheiße gepressen die letzten Tage, aber ich würde schon eher was, was mich jetzt nicht aus dem Leben schallert essen. Also kein Döner, kein Burger, keine Pizza auf jeden Fall. Dann bestell dir doch einfach mal, kannst du mit mir, musst du mal ein bisschen experimentieren, mal was bestellen. Ganz wichtig, wo du noch nie bestellt hast. Okay, boah, ist schwierig. Ich hab schon viel bestellt. Also es gibt Restaurants, wo ich noch nie bestellt hab. Aber halt, wo ich das Essen schon bestellt hab. Ähm, ich meine, gibt es ein Restaurant vielleicht aus Angola? Nee, glaub nicht. Es gibt hier ein Vegan-Restaurant. Das hat zum Beispiel gebratene Aubergine oder so eine Butterbowl, gebacken im Spitzkohl, Cranberry. Boah, das sind Königsberger Klops, aber vegan. Sieht ziemlich geil aus. Soll ich das bestellen? Das könnte auch ein richtiger Reinfall sein. Oder hier gibt's Mac & Cheese, aber sie haben es halt vegan gemacht, deswegen heißt es Mac No Cheese. Nein. Ja, ich find Mac & Cheese nicht so geil, muss ich sagen. Oder veganer Fish & Chips. Fish & Chips mag ich. Oder ne No Cheeseburger Cheddar Style. Du hast grad gesagt, dass du keinen Burger bestellen willst. Boah, ein Caesar-Salad, aber vegan, mit lauwarmen Seitan-Schnitzeln, veganen Parmesan, Brotkutons, Kichererbs und Apfel. Digger, hört sich übergeil an. Das nehm ich. Scheiße, okay, du musst ne Beilage aussuchen, okay? Okay, lies vor, was gibt es? Wir haben Spinatsalat, getrüffeltes Risotto, Kartoffel-Limettenstampf oder Aranzini, das ist rote Beete und Erbsen. Sieht aus wie so ein Falafelball. Dann probier mal Aranzini. Ne, ich hab, ich, meinst du nicht, ich soll das Kartoffel-Limettenstampf nehmen? Ey, du sollst mal was probieren, was du noch nie gegessen hast. Aranzini, let's go. Ja, okay, komm. Mhm. Okay, dann brauch ich noch, haben die so einen Smoothie? Nee, haben die nicht. Ich hab mir keinen Wein bei dem bestellen. What the fuck? Mhm. Was denn? Nein, kein Wein. Ja, obvious, Digga. Jetzt hab ich jetzt einen Wein bestellt. Wurde, wir haben 18 Uhr. Ja, du hast ja auch noch Tonnen an Wein da. Ey, ich sag mal, der wurde ein bisschen decreased. Wie? Ja, Dominik war da. Hat er Durst? Der hatte Durst, Junge. Ich glaube, wenn ich jemals mal wieder Alkohol trinken werde, dann wirst du ein Grund deswegen sein. Was? Ich glaube, als wäre ich so ein Alkoholiker, Bro. Ich glaube, du wärst so einer, ich glaube, du wärst so einer, wenn ich bei dir dann wäre, du würdest mir halt einfach so als Gag oder so als Vlog, würdest du, yo, ich schenk jetzt Basti einfach in sein Getränk, in seine Cola, mach ich jetzt einfach ein bisschen Wodka rein, das kriegt er nicht mit. Lol, lol, lol. So. Digga, sowas würde ich niemals machen. Also hier ist ein Real Rap, ich finde, das geht gar nicht mit, aber das weißt du auch. Aber. Es geht gar nicht mit, wenn man Leute dazu forst, dass sie irgendwas machen. Yo, ja komm, nimm doch mal, komm, komm. Komm, Basti, du Opfer, Basti, du Opfer. Basti ist ein Opfer. Du, Bastard, Bastard, du trinkst kein Alkohol. Bastard, wie HG. Geh nur nach Hause, geh nur nach Hause, wenn du dein Gesicht nicht zeigen willst. Wir machen jetzt den Stream an und in das Zimmer können nur Leute mit Facecam. Haha, komm, Danny, wir gehen jetzt streamen. Basti, du kannst ja weiterhin kein Alkohol trinken. Haha, Loser. Aschloh. Schlauch selber hops. Nee, sollst du dich Re-Rap nie machen. Ja, hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut. So, es wird lustig, I guess. Okay, auf geht's, Junge. Jo, gut. Okay, das erste, was ich halt immer am Anfang mache, ist erstmal unser Bett einfach nur schnell mit Wolle einbauen. Das ist jetzt keine kranke Dichte. Muss ich dir da irgendwie helfen oder mach ich das alleine? Das ist schon eingebaut. Ich baue mich schon mal rüber, weil der Vorteil ist halt, wenn wir halt deren Base haben, haben wir halt sozusagen zwei Spawner. Oh, ja, okay, ich komme, ich komme. Du kannst auch, wenn du willst, erstmal ne Schere dazu kaufen. Der braucht sich drüber, der braucht sich drüber, der kann so fast bischen oder irgendwas. Okay, warte, wir gehen back up, back up. Er ist down, er ist down, er ist down, er ist down. Alright, dann sind wir jetzt schneller. Wir nutzen einfach deren Treppe. Ich bin bei dir. Ja, warte mal, guck mal, vielleicht kriegen wir. Ich nehme sein Homie. Ja, ich habe sein Bett. Komm, Kevin, Kevin, pass nicht bitte. Oh, auf geht's. huge, geclean die Sau. Das sind die Plays, Kevin. Digger, good job. Auf geht's. Ich habe jetzt zum Beispiel vier Dias vom Dia-Spawner geholt und für vier Dias kriegst du beim Upgrade-Typen Scharpenes. Und jetzt haben wir auch schon Scharpenes-Schwerter. Ja, wir spielen die Challenge nachher. Wir machen das jetzt hier kurz nur zur Überbrückung. Digger, wir können es auch länger machen. Ich bin super geil. Ja, Mann, das ist übersteck. Okay, ähm, wo bist du, Bro? Ich bin jetzt wieder bei uns rübergegangen. Jetzt könnten wir uns halt überlegen, dass wir vielleicht zu den nächsten Nachbarn gehen oder wir gehen jetzt rüber zu... Ich habe zwei Diamanten. Ist das irgendwie geil? Ja, für dich auch oder nur für mich? Das ist dann für das gesamte Team. Ich habe jetzt sozusagen auch Scharpenes-Scharpenes haben wir jetzt auch permanent die gesamte Runde. Okay, sick, das ist dope. Äh, beim Upgrade-Typen meintest du? Genau, das ist der rechte Villager. Achso, ich glaube, ich habe es schon gekauft. Ja. Ja, hast du. Okay, ich habe jetzt auch Eisenrüstung. Wir sind automatisch auch auf die Eisenrüstung geballert. Ja, du kannst ja mal gucken, du solltest das Prod 1 Eisenrüstung haben. Geil, das ist ja übel fett. Ja, weil du es halt auch vorhin permanent jetzt hast. Du bist ja noch drüben bei weiß, oder? Ja, ich komme zu dir gerade. Schießt du gerade da? Hast du gerade bei mir was geschossen? Ich habe gerade den Grünen da gekillt. Also, du kannst sagen, wir können auch rein theoretisch auf Save spielen und jetzt einfach die Emeralds abfarmen. Können wir machen. Ich habe, ich würde dir einfach vertrauen hier. Mhh. Ich bin auch gut für offensive Stuff. Ja, das Risiko, es hat immer gegeben, dass hier halt Leute dann jetzt sind, ne, wenn wir jetzt halt anfangen, guck mal zum Beispiel. Wow! We're dead. Alright. Ich habe ihn mal aber geholt. Junge, Ja, das ist teilweise richtig eklig. Hey, boah, das ist gemein. Ja, die spielen ja alle ganz schön passiv, wenn ich das so mal beurteilen kann. Passiv, Digga. Oh, Mann. Ja, eine gute Rüstung hast du. es könnte rein theoretisch auch für dich ein Steinschwert reichen. Ja, habe ich. Wo bist du die? Ich bin jetzt genau vor uns. komm, 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 komm. Ich würde ganz kurz, ich kannte noch besseres jetzt von uns holen. Die, komm, die, komm, die, komm! Der hat sich selber gefällt, kann das sein? Ja, er ist runtergefallen. Wow. Ganz ehrlich, grün. Grün müssen wir mal auseinandernehmen, jetzt, ne? Die haben dich jetzt schon gerade davor gekillt. Das lassen uns jetzt nicht mehr weitergefallen. Alright. Ich glaube, die rechnen damit, die sind Guck mal, wenn wir jetzt auf deren Dach jetzt hier gehen, haben wir eine gute Position. Aber es kann sein, dass wir gleich ordentlich mit Firecharges weggeballert werden. Guck mal hier auf dem Dach Bin bei dir, Bro? Ja Ich komme Schön Hinter mir? Ja, warte, ich versuche das Bad zu bekommen. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Sehr schön, ich habe das Bad. Einer B, Einer B, schön. Hier ist noch einer, hier ist noch einer, was in dein Team in der Street kommt. Ich bin A&P, schön. Hast du den Weg? Ja, weiter raus. Let's go. Let's get rolled, dude. Ja, man. So macht man das. Hier, gönn dir ein paar Gaps. Ja, ich habe mir kurz einen reingehauen. Hast du noch mehr? Mhm. Soll ich einen essen direkt? Naja, kommt drauf an, wie viel Leben du hast. Nee, nee, ist useless. Boah, let's go, du Smurf. Lass direkt weiter. Lass von grün jetzt rüber zu blau. Ähm, ja, einen Moment dort. Ich habe noch zwei Diamonds, kann ich irgendwas upgraden für uns? Äh, ich glaube nicht. Du kannst die Energies machen. 50% mehr Reforces oder so? Ja, kannst du machen. Kannst du das halt bei uns in der Base dann, ne? Aber ich würde mit dir auf blau gehen, Alter. Warte mal, ich würde mir noch neue Blöcke, Doc. Ja. Sorry, ich bin übel langsam so. Ich kann nicht so schnell. Ich muss dann immer erst kurz Überblick gewinnen. Okay, was brauche ich jetzt und so? Wo würdest du denn hingehen? Zu blau? Ja, genau. Ist du in die Mitte schon gegangen oder was? Ja, genau. Ich bin jetzt in dem, ich stehe sozusagen vor deren Base und würde jetzt da rein. Ja, ich baue mich kurz hier rüber. Würdest du sagen, ich mache das schnell? Ja, das ist, ich kann, das ist so schnell, ich kriege es gar nicht mit, wo du bist jetzt gerade. Okay, man, pass. Okay, man, pass. All right, die chillen da beide in der Base. Ich würde vielleicht mal abwarten, was der da jetzt macht. Äh, ich glaube, die kommt zu uns. Äh, warte mal was du quick, quick, dings. Ja, das bringt ihm nicht viel. Bringt ihm nicht viel. Pass auf, der andere könnte. Zack. Ich habe deren Bett, aber ich glaube, ich habe dich mit dem Fire Charge gekillt. Nee, ich glaube, das war sein Fire Charge. Ich bin auf jeden Fall gestorben. Aber wir haben deren Bett geholt. Also alles gut. Nice, gut job, gut job. Und unser Bett steht auch noch. Ich hätte sehr, sehr gerne Bogen, bro. Hast du noch Gold? Nee, leider nicht. Müssen sie jetzt erst mal. Du könntest, wenn du möchtest, kannst du rübergehen zur weißen Base. Also die Base wird voll sein mit Stuff, ne? Scheiße, Digga, ich sehe nie, was ich kaufen muss, ne? Ich brauche auf jeden Fall einen Fire Charge diesmal. Der ist ja über OP. Ja, Mann. Ich gehe mal, ich gehe mal rüber zur weißen Base und hol mir mal den Stuff. Okay, ich habe mir einen Bogen geholt. Ja, Mann. Ich muss jetzt nur noch kurz warten für ein paar Pfeile. Bro, wir haben gestern oder vorgestern den Stream auch gekocht, ne? Ja, habe ich mitbekommen. Und wir haben so, ich glaube, das heißt Like Chicken oder so. Like, Like Grilled Chicken oder so hieß das. So ein schicken Ersatzding gemacht. Digga, das ist so geil. Weil, ey, es gibt wirklich keinen Grund, um fucking Fleisch zu essen, man, an dem Punkt. Ey, ohne Mist. Ja, so Chicken teilweise. Alter, es ist so lecker. Schon manchmal ein bisschen unheimlich, wie gut es ist. Also wie, also. Ja. Also ich feiere teilweise besser. Ich schwöre. Ja, ja. Ich esse teilweise richtig gerne auch so eine Veggie-Boulette und so. Die sind teilweise so sick, Alter. Mhm. Natürlich. Ey, wenn es noch ein Stück besser wird bei manch. Also ich finde, es gibt so ein paar Produkte, da finde ich, merkt man es krass noch. Ja, auf jeden. Da würde ich schon sagen, ich vermisse den Fleischgeschmack so. Mhm. Aber guck mal, das kann ja nicht mehr lange dauern, bis die das auch noch quasi so gefixt haben, sag ich mal. Ja. Digga, dann wird alles übel sick. Das ist halt so, ja, das ist gut, dass es sich in so eine Richtung entwickelt. Auf jeden. Alright, Kevin, noch zwei andere Teams. Aber alle haben noch ihr Bett. Pink und Rot. Haben wir unser Bett noch? Wir haben unser Bett noch. Das ist... Oh, sick. Wollen wir das vielleicht ein bisschen auf defensive einbauen? Ja, ist halt die Frage, weißt du, also, ich bin immer der Meinung, okay, es bringt schon ein bisschen was, aber wenn wir jetzt beide eh nicht da sind, dann ist es auch egal. So, dann kriegt, unser Bett kriegt man eh, wenn wir jetzt halt andere, wir wollen ja jetzt nicht die ganze Zeit nur hier rumhocken. Ja, hast recht. Ich habe trotzdem mal ein bisschen was gemacht, was überhaupt nichts gemacht hat, glaube ich. Ja, also, weil du kommst ja von vorne, läufst ja auch. Ja, das war mega uses. Ja, das war mega uses. Ähm, ich würde ganz gerne abwarten. Offended Meat Lovers People Love. Äh, was wolltest du sagen? Äh, ich hoffe immer ein bisschen, dass, wenn noch so drei Teams leben, dass die beiden sich jetzt gegeneinander ausschalten. Ja. Das wäre ganz sick, aber wir können jetzt auch einfach mal sagen, lass uns doch... Ich würde dir einfach mal folgen, Bro. Ja, lass das mal machen. Also, lass mir einfach mal... Ich könnte leider nicht ohne Fleisch leben. Ich weiß nicht, ob ich es komplett könnte, aber es hilft auf jeden Fall, das Ganze um ein Häftiges zu reduzieren, Bro. Ja. Oh, guck mal da... Ich hatte übel der gute Call von Retzmann. Ich hatte übel Bock auf Chicken an dem Tag, aber dann meinte Retzmann so, hey, bei dem Laden, wo wir hier gerade bestellen, also, wir haben so alles bestellt fürs Kochen, da können wir keinen Chicken bestellen, aber lass doch einfach dieses Ersatzding nehmen. Ding, das war die beste Entscheidung überhaupt bis dahin ist. Guck mal, hier rot ist gerade mit Pink ein bisschen anbetteln. So. Warte, ich habe hier. Perfekt. Das ist die Frage, äh, lass mal... Ich hab kein Gap, hast du noch einen für mich? Äh, ja, ich hab aber nur noch einen. Lass mal... Das ist voll schwer mit dem Glas zu sehen, wo ich laufen kann. Ja, ja. Lasse, wenn du mal einfach zu Pink durch. Okay. Das Ding, ich hab so viel einen Bogen noch. Boah, Digga, guck mal, was die da machen für den Käfig. Ja, zum Beispiel so Grill, also so Grill mit den Jungs so, ne, das fühle ich krass, dass da ein paar Stecks auf den Grill gepackt werden. Das ist schon ein anderes Feeling, muss man schon sagen. Aber... Guck mal, das macht man jetzt auch nicht so oft. Was wolltest du sagen? Guck dir mal bitte die Base an von denen. Die Junge, okay, sorry, Digga. Kong, let's play. Okay, jo, die haben auch, die haben Obsidian. Da kommen wir wirklich, da kommen wir mit unseren Holztools jetzt echt nicht so durch. Das dauert Jahre. Die können nicht spielen einfach Clash of Clans oder so. Ja, ich würde sagen, lass mal ganz kurz verpieseln. Ich würde mir ganz gerne... Bruder, der will mich. Der will mich hart. Ja. Renn einfach hier. Wow, 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 wow. Alright. Scheiße, Digga. Ich wollte... Mann, ich hätte so einen Quick Charge machen sollen. Alright, Kevin. Es wird jetzt ein bisschen eng mit unserer Base. Ja. Sind die da? Ich hab den eingeholt, aber. Ähm... Er ist runtergefallen. Alright. Alright. Ähm... All good, all good, all good, all good. Also für die, um die wegzubekommen, müssen wir halt unsere Spitzhacken richtig hoch upgraden. Also da brauchen wir... Also das wird sonst viel zu lange dauern. Okay, weil die... Da brauchen wir eine Diamond-Spitzhacke quasi. Ey, ich hab da das Gefühl, dass, äh, Defense schon ein bisschen smart ist. Also gerade so Obsidian. Ja, sch... Es ist ja wirklich, dass man das dann upgraden muss. Ja, schon, aber es auch... Weißt du, dann müssten die dann erst zurückgehen upgraden. Ja, ich glaub nicht, dass die aber auch jetzt grad am Stream sind und Unterhalte am Stream haben wollen, weißt du so. Also... Weil das ist halt ultra langweilig, wenn du jetzt die ganze Zeit in der Base nur bist und jetzt übertrieben auf Full Defense gehst. Ich find das mad Content, Alter. Mhm. Hab ich bestimmt. Ich glaube, Chad würde überenjoyen, oder Jungs? Was denkt ihr? Okay. Okay, pass auf. Oh, Trap triggert. Alles gut. Äh, ich hab, ich hab ne Trap als kleine Defense gekauft. Ja, die sind beide tot. Alles gut. Aber was ist die Trap? Äh, dass die, äh, Mining-Vatigue bekommen. Also so, dass sie halt voll langsam abbauen. Ah, okay, also dann... Okay, aber nur wenn ich hier bei uns sind, oder wie? Genau, das ist auch ganz gut, weil du dann immer eine Warnung bekommst, sozusagen, okay, yo, es sind jetzt sozusagen Gegner jetzt auf dem Weg zu gehen. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, ob die jetzt nochmal pushen. Ich würde mal ganz kurz zur weißen Base gehen. Ja, ich sehe gar nicht, wer noch lebt und wenn ich... Guck mal, du guck mal rechts im Scoreboard. Da, wo die Haken sind. Ja, woher sehe ich denn überhaupt die... Oh Gott, da geht's runter, Junge, Alter. Oder drück mal Tab, da siehst du halt auch. Ah, okay, nice. Also noch... Okay, oha, es gibt nicht mehr so viele. Ja. Alright, okay, die bauen unser Bett jetzt ab. Alright. Ich sag dir ganz ehrlich, wir gehen jetzt rüber zu Pink Kevin, weil wir trainen jetzt sozusagen kamikaze-mäßig unser Bett gegen deren. Doch, es ist smart noch mein Ding zu holen. Mein... Wo war du bist du? Ich hab's verloren, Bro. Ich bin bei Pink. Okay. Da kommt einer hinter dir. Ich hab deren Bett. Der Pink, der Pink ist gekommen, der Pink ist gekommen. Ja. Der sieht mich aber nicht, weil ich schieße gleich runter. Okay, ich hab Skyscrap verkackt. Nein. Oh Mann, der hat so übertrieben wegge... Wait, what? Hey, der hat richtig krass gelegt, oder? Wait, WTF? Ist unser Bett down? Haben wir verloren? Ja, wir sind raus. Aber die werden es auch nicht gewinnen. Die werden es auch nicht gewinnen. Och Mann, Junge. Scheiße, my bad. Äh, nee, alles gut. Das war auch eine ekel. Das war ein bisschen sehr eklig. Was haben die Roten gemacht? Ganz ehrlich, die Roten habe ich nicht einmal gesehen. Die sind... Haben die sich jetzt auch nur... Was haben die da... Digga, was? Willst du noch eine Runde spielen? Bro, diese rote Beete-Dinger. Alright. Ähm, unsere Challenge wäre ansonsten aber auch jetzt mittlerweile ready. Okay, geil. Dann lass die Runde noch machen und die Challenge. Ja, Mann. Aber ich find's cool, dass du, äh, dass es dir gefällt. Also, das ist wirklich... Ja, übergeil, Digga. Make it my way downtown. Walking fast. Digga. Alright, wir haben deren Bett. Huge. Wo sind die Jungs? Ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was die machen. Cringe? Äh, Jungs, äh, habt ihr keine Termine oder so? Habt ihr irgendwie gar kein Business euch aufgebaut? Äh, seid ihr nicht am Hasseln? Ist der down? Schön, Huge. Schnell einbauen? Boah, Junge, krankesafe. Ja, come on. Holy shit. Nicht bedungen. Für uns. Vor allem ist es unser Nachbar. Warum hat er sich so lang rüber gebaut? Voll dämlich. Weil dadurch hat er sein Bett verloren. Aber Emerson hat immer noch mal noch krasser als Dias. Weil... Oh. Oh. Ähm. Kritisch? Ja, kritisch, Doc. Gut, Kevin. Ähm. Joa, geile Runde, Bruder. Ey, wir müssen noch eine machen. Können wir noch eine machen? Ja, können wir machen. Man muss die Augen immer offen haben. Was? Du Jungs hier immer direkt? Das ist alles hier... Ja, ich bauch unser Dings direkt ein. So frech? Wenn wir uns beide so hinstellen, dann kriegen wir beide was. Gucke. Wenn du dich jetzt so links von mir hinstellst, kriegen wir beide. Komm, ich krieg das Gold. Stell dir vor, du hast einfach eine Tochter und du findest dann raus, dass sie mit 13 so Thirst Traps auf TikTok macht. Alter, Junge. Weiß ich nicht, was ich da machen würde, Alter. Du hast einen Sohn, der ist 23, interessiert sich den ganzen Tag nur für Flangen. Cringe? Und spielt Minecraft? Ey, Bastian, poste mal ein Model des Tages. Was willst du denn ganz mit Flangen des Tages? Model des Tages. Ey. Was? Oh, kann ich eine Runde, Bro? Fogel? Yo, das, äh... Ja, komm, ich muss aus Brust diese Ente töten. Ja, komm her. Weg mit der Ente. Töten! Ja, scheiße. Ja, die haben uns gerusht. Das war vielleicht, ja, nicht so clever. Ich bin... Ich hab nicht so viele Herzen auch, ne? Ich bin full. Alright, Bruder, dann brauche ich jetzt deinen Support. Der eine Typ, yo, stell dich am besten noch. Perfekt, deren Bett ist weg. Okay, sick. Be ready. Nee, er geht zurück, er geht zurück. Da kommt links einer, links wieder auf einer. Ja, das... Ja, das... Ja, das ist... Ein horse Trailer. Das ist ein kleiner Pferdehändler. Der, Mann. Der, Mann. Ja, Mann. Der, Mann. Der, Mann. Wo ist denn das? Viel Spaß in der Lobby, Pussy. Ho, ho, ho. Hopps. Immer hab ich's gezeigt, yo. Ja, Mann, ich bin cool. Hat der ein Bett? Ne, das haben wir hier gerade abgebaut, aber ich weiß, ich will jetzt bei den Grauen. Zu den Enten. Die haben beide einen Enten-Skin. Okay, wir stellen wir, wir stellen. Er ist safe tot. Oh! Okay, wir können... Okay, nice. du da noch weiter stress machen wir den bei den entchen wenn wir sterben dann sind wir komplett raus und das ist der fall wenn jetzt all eyes on you zeig mal mach mal jetzt schlau decisions alles was hier jetzt kommt model des tages place jetzt bruder aber grau hat kein bett mehr du kannst wenn du beide holst dicker wenn du beide grauen holst macht ja auch ja cool ich meine muss man auf jeden fall es hätte schlimmer werden können